Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Koppel abgebaut und willkommen zur nächsten Aufnahme. Und man sieht, es schneit, es schneit, kommt alle aus dem Haus, es schneit überall, außer da wo ich stehe. Entweder ist das ein Grafikbuck, oder? Warte mal. Äh, ja, ich sehe da oben so ein schönes Loch. Ich glaube, das reicht jetzt. Wie viele Koppel hast du jetzt? Drei. Give it to me, give it to me, give it to me. Und jetzt werden wir ein bisschen unsere Insel erweitern. Oder? Stirb Schnee, stirb Schnee, stirb Schnee. Und ich hoffe, ich werde hier nicht... Alter, das ist Schnee. Ja, dann kann... ja. Können wir die schon mal ein bisschen erweitern. Kann ja nicht schaden. Warte mal, ich gebe dir mal die... 43. Und was wir jetzt machen? Die Insel aus... Ja, in diese Richtung. Okay. Nicht Schiff loslassen. Das wäre ganz schlecht. Also auch so machen. Hier, so fett. Hallo? Ja. Hier, das... Ja, die... Das müsste reichen. Und dann werden wir noch ein bisschen Koppel holen. Oh, perfekt getimt. Obwohl ich gar nicht abgezählt habe. So, ich mache den Rest eben noch. Zack, 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 zack. Und, äh... Ja, Holz brauchen wir auf jeden Fall. Ja, dazu muss man... Warten. Warte wachsen. Und dann werden wir hier noch ein bisschen erweitern. Auf jeden Fall haben wir hier noch... Ja, ich habe keine Kabeln mehr. Ja, das müsste reichen. Eine Reihe... Eine Reihe freilassen. Dann hier. Dann hier geht's zurück. Da werden wir nämlich Bäume anpflanzen. Wenn wir dann... Ja, wir haben keine Kabeln mehr, um das nach hier noch zu erweitern. Da brennt's wieder... Oh, das brennt hier schon wieder. Unsere Kiste... Direkt neben unserer Kiste. Oh, hier ist überall schon Schnee drauf. Hier könnten jetzt schon theoretisch Monster drauf rum spawnen. Nicht, wenn wir hier Bäume pflanzen. Hier. Auf der Fläche. Da werden wir bald unser Haus bauen. Wenn wir dann Holzkohl haben, um uns... Ähm, ja. Wofür ist die Linie gedacht? Die hier? Die Dreier? Keine Ahnung. Erweitern wir's dahin noch ein bisschen. So weit, wie's geht. Ich hab noch 16. Ja, ich hab gar keine. Und ich hab vergessen, meine Uhr zu starten. So. Machen wir eben drei Minuten weniger. Nach meiner Uhr. So. Ja, jetzt ist das auch okay, wenn das Eis... Wenn das zu Eis wird, wenn's schneit. Eigentlich wollte ich jetzt mal den Cobblestone-Generator umlegen. Und wie? Du kannst das Eis hier nicht wegbringen. Wenn dann mit dem Eimer auch. Wir haben ja... Ja, ähm... Hier. Ich brauch jetzt erst meine... Machen wir uns erstmal wieder... Ach, nehm ich die Holzspitzhacke. Muss ich da nämlich ein bisschen bauen. Verlieren wir eben ein bisschen Cobbl. Lol. Warum baust du das mit der Hand ab? Ich habe eine Holzspitzhacke. Nein, hast du nicht. Jetzt habe ich eine Hand. Jetzt habe ich eine Holzspitzhacke. Hast du nicht. Du hast keine Holz... Ich habe eine Holzspitzhacke. Ich habe auch eine. Gar nicht. Warum... Komm, meine Blöcke... Das ist bei dir nur so ein Grafikpark. Ich habe... Mir sagt sie, ich habe eine Holzspitzhacke in der Hand. Jetzt müssen wir da nur... Wo hast du keine in der Hand? Jetzt müssen wir ein bisschen... Äh, Holz haben wir ja, glaube ich, noch. 16 Bretter oder so. Äh, jetzt... Ja, jetzt habe ich keine mehr in der Hand. Äh, jetzt habe ich keine mehr. Ich hatte nie Spitzhacke, du Fisch, ey. Warte mal, gib mir mal... Ich mach dir... Mann, uns... Zwei... Steinspitzhacken. Hier hast du deine. Ey, mach mal einen Steinschaufel. Dann können... Alter, gib mir mal eine Steinschaufel. Danke. Mach mal eine Schaufel, dann müssen wir Schneebälle machen und uns abwerfen. Und uns runterwerfen. Ich sehe schon, wenn man nicht... Ich habe noch eins... Ich mache... Ich habe noch einen Stein. Daraus werde ich noch eine Steinschaufel machen. Dann gib mir die. Es hatte die Idee. Es hatte die Ressourcen. Da hast du. Ja. 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 Werfen wir uns mit Schneebällen runter. Gleich. Genau. Äh, wollen wir uns nicht... Wenn wir Kürbisse hätten, können wir uns einen Schneegole machen. Da hinten auf der Insel sind Kürbisse. Da gibt es Kürbiskerne. Oder Eien. Na. Ja, Kürbisse können wir leider nicht essen. Leider. Aber da gibt es auch ein Wassermel... Also Melone. Melonsam. Philipp, bleib mal stehen. Warum kann ich dich nicht kennen? Warum kriegt man keinen Schaden? Bleib mal... Na, 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 na. Genau, und jetzt kriege ich wahrscheinlich den Schaden. Ey. Okay, ich mach wieder an. Äh, so. Jetzt sollte ich es an sein, ja. Gebräck. Au! Das ist doch mein Schneeball. Schon wieder mal in der... Meine Hülpen. Ein Schneeball! Ey, Junge, hättest du mich jetzt hier runtergeschubst. Ich hätte dich in die Lava teleportiert. Dafür müsstest du selber in der Lava stehen. Oder ich geh einfach in den Kreativflieger rüber. Dann hätte ich dich gebannt. Das ist meins. Ich kann nicht aber trotzdem bannen. Scheiße. Philipp, ich warne dich. Ja. Philipp, du kennst die Konsequenzen. Warum stand bei mir nicht, dass ich nicht aus dem Operatorstatus entfernt wurde? Bei mir stand, dass bei mir steht, D-O-Fett-Katz-Nachviert. Warum heißt Kappe? Ey, der Baum ist bewachsen. Was hast du jetzt davon? Was denn? Philipp 09 ist kein Operator mehr. Äh, unge. So, jetzt bist du wieder. Reicht jetzt. Ey, der Baum ist bewachsen. Welcher Baum? Der Baumfisch. Ups, ich hab mir selbst wieder gemacht. Wir sollten uns auch mal eine Axt machen. Ich glaub, ich... Ja, aber den baue ich doch... Ich werf grad auf dich mit Schneeböllen. Holz. Ich mach... Ich baue mal ein bisschen Koppel ab. Was hast du den ganzen Lauf hier weggekauft? Oh mein Gott, das ist grad verbrannt. Koppel! Genau, ich bin jetzt verbrannt. Kann doch sein. Ich füll Eisen. Ja, woher willst du das haben? Cheaten! Oder von Zombies... Genau, Zombies droppen doch auch Eisen, oder? Nö, nur Pick-Zombies. Nein, normale Zombies. Nee, die kriegst... Da kriegst du es nur bei Spawnern. Fuck. Ich habe jetzt elf... Das ist jetzt scheiße. Elf Koppel reichen vorerst schon mal. Wie viel Holz hast du noch? Ich hab jetzt letzte Scheiße gemacht. Was'n? Ich hab alles zu Brettern gemacht. Brauchen wir ja auch. Ja, aber wir brauchen Rohholz für Kohle. Ja, und ich... Wir haben jetzt kein Rohholz mehr. Philipp, nimm die mal. Was soll ich damit? Es hier ist kein Baum mehr. Falls wir noch einen bekommen. Die sieht jetzt in dem... Texture-Pack irgendwie lol aus. Außerdem, das ist unser einzigster Set-Sling noch, ne? Sonst haben wir keine. Alter! Geh da weg! Warum ist da jetzt direkt Erde drauf? Weil es schneit. Es schneit... Es schneit... Immer noch! Wie lange muss es denn noch schneien? Der Winter ist lang. Acht Stunden noch? Vorwitzes Wissen. Denk ich auch. Acht Monate noch. Wenn ein Monat eine Stunde werden... Wow, der Brenzeln wieder. Mann, scheiße, Lava. Trickslauber, ich hätte dich jetzt am liebsten zugemacht. Ja, was hätte ich davon? Und jetzt spuck nicht mit Feuerbällen auf mich, ich verstehe das. Na, 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 na. Dreck, sag. Äh, ich glaube, das hier müssen wir jetzt wegbuddeln. Warum was wegbuddeln? Ey! Warum krepierst du? Warum krepierst du? Was soll ich das machen? Warum krepier ich? Hör auf mich zu schlagen! Ich schlage dich nicht! Auf einmal krepier nur ich. Ich hab Hunger. Mach! Ich will da rüber. Komm, jetzt holen wir uns eine ganze Menge Kobbel. Oh, drei Minuten haben wir noch. Okay. Oh. Ja, was sollen wir in der Zeit noch machen? Kobbel abbauen! Kobbel abbauen und zusehen, wie er verbrennt. Oh mein Gott! Ey, Junge. Ich bin hier weg. Oh, sorry. Sorry. Ha? Da ist es zwar Brand drin. Oh mein. Ey. Und tschüss. Ey, ich hab doch alle deine Sachen. Ja, du tötest mich dauernd. Darauf hab ich keinen Bock. Och komm schon. Noch einen, Franz. Please. Nö. Die Folge ist etwas kürzer und ich glaube, ich werde mich erstmal eine Woche ausruhen. Also, bis dann. Ciao, ciao.